Hallo meine Leute und herzlich willkommen hier bei ShowFaith, dem Kanal der katholischen Jugendzentrale an der Bergstraße im Bistum Mainz. Herzlich willkommen. Heute geht's Thema, was ist denn eigentlich der pastorale Weg, der schon seit ungefähr zwei Jahren bei uns im Bistum voranschreitet. Der pastorale Weg ist ein Aufbruch, den Peter Kohlgraf vor ein paar Jahren einmal angestoßen hat und einen Arbeitsauftrag sowohl in die Dekanate als auch in Bistumsebene gegeben hat, um einfach mal die Zukunftspastoral unseres Bistums zu entwickeln, Altes auf die Probe zu stellen, Neues zu entwickeln und am Ende zu gucken, wie kann denn eine Kirche zukünftig aussehen. Dass sich etwas ändern muss, das sollte, glaube ich, jedem schon lange klar sein. Die katholische Kirche ist nicht mehr das, was sie vor 20 Jahren war und um die katholische Kirche wieder auf ein festeres Standbein zu stellen, ist dieser Weg notwendig, um die Kirche zukünftig neu auszurichten. Der pastorale Weg stützt sich dabei auf vier Grundpfeiler. Bischof Kohlgraf hat sie damals wie folgt formuliert. Leben teilen, Glauben teilen, Verantwortung teilen und Ressourcen teilen. Mit diesen vier Grundpfeilern sollen nun Konzepte entwickelt werden, wie sich eine katholische Kirche unter diesen vier Grundpfeilern neu ausrichten kann. Die vier Grundpfeiler sollen dabei eine thematische Orientierung geben. In der ersten Phase des pastoralen Weges, die bis Ende 2021 geht, geht es um die Leitfrage, brauchen die Menschen das, was sie bekommen und bekommen die Menschen das, was sie brauchen? Mit dieser Frage wurde sowohl auf Bistumsebene als auch auf Dekanatsebene schon ausführlich gearbeitet. Die Dekanate haben dabei die Aufgabe, sowohl den Sozial- als auch den Pastoralraum einmal zu erkunden, zu verschriftlichen und Konzepte vorzulegen, was neu gemacht werden kann und wie neue Ideen entstehen können. Grundsätzlich geht es um die Aufgabe, auch neue pastorale Aufgaben zu benennen und zu ermöglichen. Denn die Gesellschaft ist nicht mehr das, was sie vor 50 Jahren war. Und auch die Kirche muss sich diesem anpassen und weiterentwickeln. Konkret heißt das auch, dass wir Vorschläge für neue Pfarreistrukturen bilden werden. Auch auf Bistumsebene gibt es mehrere Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel zum Thema Bildung oder Berufung, Berufe in der katholischen Kirche. Ich blende euch alles mal hier ein. Könnt ihr gerne auch unten in der Videobeschreibung einfach mal gucken, was ihr dazu findet. Denn das Bistum hat eine Webseite gegründet zum pastoralen Weg, wo ihr ganz viele Infos haben könnt und die sehr, sehr attraktiv gestaltet ist. Einfach draufgehen und mal ein bisschen rumsurfen. Die zweite Phase des pastoralen Weges soll dann bis 2030 realisiert werden. Ein sehr, sehr langer Zeitraum. Aber in diesen zehn Jahren, ungefähr neun Jahren, sollen auch alle Pfarreien etwas zusammenwachsen. Am Ende stehen ungefähr noch 50 Pfarreien von den heutigen ungefähr 150 in unserem Bistum, die dann auch bespielt werden. Achtung, das bedeutet nicht, dass eine Pfarrei vor Ort wegfällt. Dazu gibt es auch noch ein spezielles Video. Kommt in den nächsten Wochen und findet ihr hier auf diesem Kanal. Und dann, ab 2021 geht es los mit der großen strukturellen Veränderung. Wir haben gerade eben schon gehört, es sollen ungefähr noch 50 Pfarreien am Ende in unserem Bistum bestehen bleiben. Das ist eine große Herausforderung und eine wahrscheinlich nicht zeitlich eingegrenzte Herausforderung ist es, auch dann Netzwerke zu bilden. Zu schauen einfach, wo sind gesellschaftliche Vereine oder politische Gremien oder, 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 wo Synergien entstehen können, wo wir als katholische Kirche uns einbringen können, wo wir unseren Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Das wird Aufgabe von der dritten Phase sein, die wahrscheinlich nicht zeitlich begrenzt wird, sondern Netzwerken, mit Leuten in Kontakt kommen und nach Möglichkeiten suchen, wie sich die katholische Kirche in der Gesellschaft einbringen kann. Das ist das, worum es geht bei uns im Pastoralen Weg.